willkommen auf dem kanal die richtige wahl in diesem video werde ich über den samsung fernseher sprechen wenn sie auf der suche nach günstigen preisen für dieses produkt sind überprüfen sie die links in der beschreibung unter dem video ich hoffe dass ihnen dieses produkt gefällt und teilen sie ihre meinung im kommentarbereich mit ich empfehle auch unseren kanal zu abonnieren um über neue produkte in der welt der gadgets und elektronik auf dem laufen zu bleiben los gehts bildschirm dynamische kristallfarbe stürzen sie sich in ein meer voller farben durch dynamic crystal color können sie realitätsnahe farbspektren sehen und details an details genießen hdr hdr ermöglicht einen hohen kontrastumfang des fernsehers so genießt man ein bild das mit einem enormen farbspektrum und einer riesigen detailfülle glänzt in hellen wie in dunklen szenen kristallprozessor 4k spüren sie farbnuancen schnell wie sie wirklich sind dank leistungsstarke 4k upscaling können sie viele ihrer lieblings inhalte in 4k qualität genießen motion accelerator erleben sie ein scharfes bild und eine angepasste leistung durch eine automatische erfassung und wiederherstellung fehlerhafter frames 4k auflösung 4k uhd tv zeigt bilder mit der vierfachen auflösung von full hd damit details mit kristallklarer schärfe erlebbar sind design abnehmbar standfuß mit einem abnehmbaren standfuß können sie dem fernseher platzieren wo sie möchten der slim design das faszinierende filigrale er slim design bautiefe 26 bis 27 millimeter lässt den fernseher beinahe mit der wand verschmelzen stilvolle slim fit wandhalterung unsere tv wandhalterung ermöglicht einen nahezu lückenlosen look minimum 7,5 millimeter mit nur einem kabel dass viele deiner externen geräte mit einem fernseher verbinden kann diese bequeme art der installation ermöglicht das stilvolle design des tvs clean cable solution bringe ordnung in deine kabel und lasse sie mit dem tv zu einem gesamtbild verschmelzen damit dein wohnraum einen aufgeräumten und schicken eindruck macht konnektivität pc nutzung auf dem tv screen verbinde einfach deinen kompatiblen pc deinen laptop oder dein mobilgerät mit deinem tv und genieße die zusätzlichen möglichkeiten die sich dir bieten mit einer kurzen berührung deines tv bildschirms kannst du filme oder musik vom kompatiblen smartphone auf dem tv spiegeln wenn du den tv mit deinem smartphone antippt kann der fernseher die berührung erkennen und automatisch die inhalte spiegeln so können unterschiedliche inhalte deines smartphones schnell und komfortabel auf deinem tv genießen audio cue symphony ermöglicht dass die lautsprecher des tvs und der soundbar aufeinander abgestimmt gleichzeitig spielen können das erzeugt einen überzeugenden surround effekt der durch das harmonische zusammenspiel zwischen tv und soundbar kreiert werden kann smart tv eco smart remote kompatible geräte und inhalte mit nur einer einzigen fernbedienung steuern die minimalistische form ist auf das design der tv geräte abgestimmt einmal verbunden werden kompatible geräte automatisch erkannt die minimalistische fernbedienung überzeugt durch ihr material das aus zirka 24 prozent recycelten kunststoff hergestellt wird zugängliches tv erlebnis samsung unterstützt im bereich fernsehen mit sogenannten asitiven funktionen die dabei helfen das umfangreiche angebot moderner smart tvs zu nutzen so können auch menschen die unterschiedliche seh- oder höhere beeinträchtigungen haben ohne fremde hilfe einen zugang zu aktueller technologie finden die eco fernbedienung die minimalistische fernbedienung überzeugt durch ihr material aus ca 24 prozent recycelten kunststoffen ökosensor der ökosensor regelt die bildschirmhelligkeit automatisch je nach den aktuellen lichtverhältnissen vor dem tv gerät und spart somit energie kundenrezensionen ich habe mir die bewertungen von echten nutzern angesehen und die wichtigsten beschwerden hervorgehoben programm suchen ist sehr umständlich keine steuerung über eine fernbedienung der sound des fernsehers könnte besser sein hier fehlen die bässe und hier ist was den kunden am besten gefallen hat die bildqualität ist hervorragend es gibt viele einstellungsmöglichkeiten die intuitive bedienung minimalistische fernbedienung der fernseher überzeugt vom edlen design bis hin zur farbe ich möchte sie daran erinnern dass sie in der beschreibung unter dem video links zu den besten preisen dieses produkt finden stellen sie ihre fragen in den kommentar bereichen und teilen sie ihre meinung mit wenn sie dieses video nützlich fanden drücken sie den gefällt mir button und abonnieren sie unseren kanal um keine neuen videos zu verpassen wir sehen uns bald wieder